Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu... ...Ähm... ...Youtubers Live. Ja, ähm, sie macht mal kurz mal ein Video. Ähm, ich hab nämlich... Komm, macht sie dazu ein Gameplay. Ähm, ja, meinetwegen auf Arbeitsplatz 1, jopp. Haben wir eine Mono-Ausgabe, das hört den Sound ja ein bisschen. Ähm... Wir ziehen einfach alles ab. Ja, in der neuen Wohnung. Ähm, und zwar... ...hab ich mir den Patch mal durchgelesen. Und... Ja, wir haben hier... Neu, neu, neu. Kann ich mir jetzt... Du kannst die Karte nicht deaktivieren. Alles klar, mal... Genau! Ja, wir haben jetzt unser Kartensystem. Und... Können jetzt hier... ...alle Karten eigentlich... Ja... Ähm... ...uns zurechtwürsteln. Irgendwie. Ja, und uns überlegen, was wir hier haben wollen. Was wollen wir hier denn haben? Können wir nicht erstmal alles deaktivieren? Äh, was wollen wir denn auf jeden Fall haben? Dö, 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 dö... Dö, dö, dö... Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall ein Intro mit Logo. Haben wir drin. Wir können vier Intro-Karten nehmen. Okay. Lustige Begrüßung. Klar. Oh, das bringt viele Punkte. Ah, es kostet auch ziemlich viel. Ähm, nehmen wir nochmal... Es kostet auch ziemlich viel, merke ich gerade. Ähm... Eine tanzende Begrüßung und... Eine formelle Begrüßung. Ähm... Nein, ich will mich nicht hinterhalten. Oh, okay. Ähm... Was wollen wir hier denn haben? Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall, ähm... Den wütenden Kommentar mit rein. Das lassen wir auch drin. Ernster Kommentar... Sarkastischen Kommentar würde ich gerne drin haben. Können auch zwei Karten mit reinnehmen. Lustigen Kommentar. Nyan-Kett nehmen wir raus. Ernst? Kurzen Kommentar und sinnlosen Kommentar. Genau. Äh, da... Das freut mich, dass du erfolgreich bist. Der Französer ist neuen, so Handy steht bald an. Ich habe gehört, dass der ein paar extra... Äh, ganz neue Extras hat. Ich habe zwei Einlagen zur Veranstaltung. Würdest du gerne mit mir mitkommen? Vergiss nicht... Ja, klar. Machen wir. Äh, Moment. Das schließen wir mal eben. Sie hat nämlich ihr Video fertig. Ich zeige Video. Lädst du hoch. Ja, ist nice. Wow, was war das denn? Äh, kannst du gleich ein neues Video... Ja, kannst gleich noch ein Video machen. Genau. Gut. Ähm, noch ein Gameplay. Arbeitsplatz 1 geht ja eigentlich gar nicht, ne? Nehmen wir kurz Arbeitsplatz 2. Hoppschutz ist richtig. Und Mono-Ausgabe. Wir sind die allerschnellsten... der Welt. Ist ja ein Rennspiel. Äh, gut. Dann gucken wir uns weiterhin unsere Karten an. Äh. Ähm, genau. Wir sind jetzt beim Hauptteil, ne? Genau. Was wollen wir denn da auf jeden Fall mit reinnehmen? Hm. Hm. Den wütenden Schrei würde ich gerne mit drin haben. Das nehmen wir nicht mit rein. Urheberrechtlich geschützte Sachen... will ich nicht. Konstruktive Kritik klingt ganz nett. Wir können auch zwei Sachen mit reinnehmen. Fachlichen Kommentar lassen wir auch. Lustige Kritik lassen wir auch mit drin. Professor Knellen-Kontar auch. Äh, Kommentar auch. Äh, die fröhliche Äußerung nimmt mich raus. Nehmen wir den feierlichen Schreiter für mit rein. Und Outro. Würde ich sagen... Musik-Outro. Verabschiedung mit Kuss. Ja, gut. Das bringt viele Punkte, ne? Outro mit Logo. Und... Übergang ins Schwarze. Nein, danke. So, jetzt haben wir unsere Karten ausgewählt. Wir können... Ja, und jetzt... Äh, lassen wir den mal reparieren, bitte. Wo ist denn unser zweiter Arbeitsplatz? Der ist oben, oder? Magst du mal eine Glühlamm-neue Karte? Ne, irgendwie ja nicht. Doch. Nehmen wir einen neuen Karten-Slot, oder was? Outro? Hm? Ah. Nehmen wir hier noch den ernsten Kommentar mit rein. Gut. Sie hat das Video fertig. Zeige das Video. Ja, ist okay. Das Interesse auf jeden Fall. Dann würde ich sagen... Warten wir. Und? Laden ist hoch. Äh, nice. Dann würde ich sagen... Ich wollte hochgehen. Achso, ich bin oben. Ja, gehen wir noch eine Runde schlafen. Danach essen wir was. Und danach... Äh... Gucken wir uns mal den Rechner an. Ach, das ist der... Warte, ist das der... Übertriebene Rechner? Ne, das hier ist Arbeitsplatz 1, oder? Ne, das... Ne, das ist Arbeitsplatz 2, glaube ich. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es. So, dann würde ich sagen... Rüsten wir den hier mal ein bisschen auf. Wir haben... Noch ein paar Tage. Dann müssen wir wie viel zahlen? 1800. Okay, ich kann 1600 Dollar ausgeben. Nehmen wir mal 1500. Und dann rüsten wir den hier mal kurz ein bisschen auf. Äh, CPU. Haben wir da die beste? Nein, haben wir natürlich nicht. Holen wir uns die beste davon. Dann holen wir uns noch eine bessere Webcam, würde ich sagen. Oh. Oder ein neues Mikro. Bessere Webcam. Können wir das Mikrofon noch holen? Ja, ich würde sagen, dass... Ja, doch. Ist okay. So, warte. Die Webcam ist doch besser als die jetzige. Ne, ja, genau, gut. Würde ich sagen, kaufen wir das. Dann rüsten wir den PC hier oben erstmal komplett aus. Das dürfte Arbeitsplatz... 1 sein. Ich hoffe es zumindest. Öffnen. Nein. Du musst mal... Moment. Öffnen. Gucken wir gleich unsere Spiele nochmal durch. Warte, sie kann nochmal ein Video machen. Von dem Spiel, ja. Gameplay nochmal. Nein. Arbeitsplatz 2. Ja, das ist... Okay, der Arbeitsplatz 2 ist unten. Okay. Gut, gut. Eine... echt knappe Angelegenheit. Und öffnen. Nein, du bleibst... Nein, 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 bleib hier oben, bleib hier oben. Danke. Gut. Wir haben schon wieder mega viel Geld dazu bekommen. Können wir uns... Können wir den noch ein bisschen ausrüsten? Nice. Nice, nice. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Din, din. Es gibt ein neues Gehäuse, dein Ernst. Ist das dein Ernst? Okay. Können wir den im Monitor kaufen? Ich weiß... Schnittprogramm. Erstmal Schnittprogramm gucken. Ja, es gibt bessere Schnittprogramm. Okay. Holen wir uns auf jeden Fall das. Gibt's auch... Wachsen. Es gibt schon jetzt... Was? Ist das dein Ernst? Ich hab doch gerade erst bessere Sachen gekauft. Komm, dann holen wir uns nochmal die... Nein. Recht mitkrieger in Sachen. Fällt uns noch... Monitor, CPU und... Webcam und Mikro. Hallo, Team Royal. Ich muss erstmal kurz Terminkalender gucken. Ticket kaufen. Wir wollen da ja mit hin, ne? Wann ist denn das? Am 29. Mai. Ah, ist nicht bald. Äh, nein. Sie haben das Video fertig. Das ist super. Zeige ich das Ergebnis. Ja, ist okay. Dann machen wir nämlich jetzt ne Review. Um... Das... Ja. Äh... Ja, weil wir jetzt drei Gameplays gemacht haben. Ich denke, das wird reichen, ausreichen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch gleich das Video, ja? Wir haben gleich das Geld wieder zusammen. Das ist super. Ich gehe nach oben. Schlafen wir nochmal vorher? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Ich glaub schon. Schlafen. Dann nochmal kurz was essen. Und dann machen wir ein Gameplay. Äh, beziehungsweise ne Review. Von dem Spiel. Eine Review. Starten. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Mhm, mhm, mhm. 1.900. Ja, das dürften wir auf jeden Fall gleich haben. Ja, nachdem das Video oben ist, auf jeden Fall. 4K-Auflösung. Lärmschutz sogar. Oh, schön. Und Mono-Ausgabe. Ähm... Das Spiel verpasst einem immer wieder einen Kick. Yeah. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Ja, okay. Wir starten die Aufnahme. Ich würde sagen... Eine formelle Begrüßung. Interaktiver Ladebildschirm. Was passt denn dazu? Unlustiger Kommentar. Ja, passt. Nice. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Ich würde sagen... Feierlicher Schrei. Nice. Okay. Zeit, bevor das Spiel startet. Sinnloser Kommentar. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Ähm... Fachlicher Kommentar. Super. Ausschnitt. Ich würde sagen, wir nehmen einen kurzen Kommentar. Oh, wir müssen das hier noch ein bisschen pushen. Shit. Okay. Du hast ein Easter Egg gefunden. Wir brauchen davon ein bisschen was. Ah, wir brauchen aber... Das passt besser. Singender Kommentar passt hier einfach besser. Hören wir noch ein paar Dings. Zusammenfassungen des Spiels. Ähm... Lustiger Kommentar. Passt. Okay. Du überholst deinen Gegner mit Leichtigkeit. Fuck. Wir haben davon leider nichts. Äh... Mörderischer Blick. Und... Wir nehmen... Ja, auf jeden Fall die Verabschiedung mit Kuss. Schöne Sache. Gut, ich nehme auf. Ich habe gerade nicht gewusst, ob ich aufnehme oder nicht. So. Ich hoffe, ich vergesse das nicht wieder rauszuschneiden, so wie im letzten Part. Es ist mir im Nachhinein eingefallen. Äh... Wie schneiden wir das denn? Ich würde sagen, das auf jeden Fall. Gut, dann brauchen wir... Was... Das... Oh ja. Oh ja. Ähm... Aber davon haben wir nichts. Was unten ansetzt... Setzt. Sag ich jetzt mal. Aber wir haben das. Dann haben wir... Zweimal sowas. Zack. Hätten wir das. Genau. Dann könnten wir noch... Mh... 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 Dödem... Dödem... Ich nehme doch gerade auf. Das kommt auf jeden Fall ans Ende. Und zwar... Okay. Moment. Moment. Wir machen das anders. Das setzen wir später. Das macht keinen Sinn. Wir machen das. Okay. Moment. Ich kriege das noch hin. Äh... Nein. Danke. Zieh dich um. Ja. Das mache ich gleich. Shit. Nichts. Mh... 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 Ja. Machen wir das jetzt einfach so. Dann nehmen wir jetzt hier für das. Und setzen das ans Ende. Ja. Und dann würde ich sagen... Nehmen wir nochmal... Das hier. Ach. Das zieht viel, ey. Das hier. Okay. Moment. Nein. Wir nehmen... Den. Können wir noch irgendwas erhöhen? Wir könnten nochmal... Das sind... Ja. Okay. Komm. Lassen wir so. Oh. Nice. Ich habe dafür jetzt ziemlich lange gebraucht, oder? Ich habe dafür gerade richtig lange gebraucht. Shit. Hast du monatlich die Miete bezahlt? Nice. Okay. Dann können wir gleich wieder aufrüsten. Umziehen. Zum Event gehen. Zeige das Ergebnis, bitte. Fast 1000 Dollar dadurch, Alter. Und dann können wir auf der Präsentation... Können wir noch einen weiteren Angestellten suchen. Weil wir haben ja noch einen weiteren Arbeitsplatz, ne? Ja. Genau. Schön. Machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Perfekt. Ach genau. Das neue Handy. Stimmt. Hallo. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh. Green Screen. Verdammt, Green Screen. Hier ja auch, lol. Mann. Ich muss irgendwas mit meinem Green Screen machen. Ich muss mit beide Softboxen da oben hinstellen. Glaube ich. Weil immer hier die Seiten halt... ...die... ...seiten halt... ...nicht so gut beleuchtet sind. Wow, alle Besucher... 500 Dollar kostet das Handy dann? Oh Gott, ich hau die ganze Zeit voll gegen das Mikrofon. 500 Dollar. Fuck. Ai, ai, ai. Das ist krass. Wow, der Green Screen. Shit. Ist der noch mehr am Abspacken? Was ist das denn? Finde ich ja jetzt nicht so geil, ne? Muss ich ja zugeben. Moment. Warum pegelst du dich denn die ganze Zeit runter? So, ist besser. Meine eine Einstellung pegelt sich die ganze Zeit runter. Ich frage mich, warum. Äh, hi. Warte, bist du die Freundin, die mich eingeladen hat? Ja, ich glaube schon, ne? Gucken wir dich mal an. Profil ansehen. Oh, geil. Warte, du bist ein Kerl? Loy. Oh, ja. Können uns jetzt gegenseitig bekannt sind? Dann kann ich dich schon. Nein, kann ich nicht. Okay, wir müssen Freunde werden. Bist ein YouTuber? Oh, leil. Kann ich mir eigentlich auch eine Freundin suchen? Interview, du beginnst das Interview. Äh, 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 äh. Oh, ja. Hm, ja. Ernst, begrüßung. Shit. Und wow, wir hatten ja... Nein, wir hatten ja null Punkte. Also nicht wirklich was. Okay, das Video ist scheiße. Ich stimme dir total zu. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mein, mein Green Screen ist jetzt nicht mehr im Bild. Oh, nee. Gut. Die Einstellung meiner Cam hat sich umgeändert, deswegen. Wow, meine Haare. Nochmal, egal. Scheiße, meine Haare. Ja, doch, das dürfte klappen eigentlich. Wir sind gleich Freunde. Ja. Ja, endlich. Profil ansehen. Was? Wir sind immer noch keine... Es kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Gut, dass ich schneiden kann. Und ich glaube, ich werde das rausschneiden. Ich habe hier eine so eine Pornolocke. Was ist das denn? Ich bin witzig, ne? Ja, finde ich auch. Warte. Warte. Okay. Nein, ich flirte jetzt nicht mit ihm. Gleich bin ich fertig. Hoffe ich mal. Es dauert so lange. Gleich habe ich es. Gleich, gleich, gleich bin ich fertig. Ich hoffe, die Zeit bleibt hier stehen, weil sonst muss ich gleich wieder Miete zahlen, wahrscheinlich. Nein, ich flirte jetzt nicht. Komm, danach bist du, danach bist du sauber fertig, komm. Ja! Uhu. Ist eigentlich traurig, Bro. Müssen wir jetzt noch ein bisschen reden, damit er ein super Angestellter ist? Wir haben noch eine neue Karte. Intro mit Effekt... Oh, Intro... Egoistischer? Intro mit Effekt... Wir nehmen das Intro mit Effekten. Und hauen dafür das Intro mit Logo raus, oder? Ja, dann lass. Nee, die tanzen Begrüßung. So, hau rein. Ich gehe jetzt weg. Tschü. Bye, bye. Haut rein. Nochmal kurz für die Presse posieren. Yeah. Aha. Ja, kannst jetzt gehen, Doc. Okay, danke. Ah, kein Ding. Habe ich doch gern getan. Habe ich gern getan. So, jetzt bitte einmal nach oben gehen, denn ich will... Kann ich schon hier oben auf Schlafen klicken? Nein. Äh, und Standard-PC für 500 kaufen. Schlafen. Essen. Machen Video. Zu. Oh, das Spiel ist immer noch. Inno-Key macht da nochmal ein Gameplay zu. Äh, Arbeitsplatz 1. Ja, meinetwegen. Ähm. Äh. Okay. Und wo ist der andere? Da. Da ist er. Du machst auch ein Video zu dem Spiel. Und Gameplay. Äh. Arbeitsplatz 2. Fortsetzen. Mein erstes Mal und ihr seid dabei. Äh, das versteht keiner falsch, oder? Ich meine, jeder weiß, dass damit gemeint ist, dass er das erste Mal auf dem Kanal ein Video macht, glaube ich. Weiß jeder, oder? Ich glaube schon. Mmh, mmh. 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 Mmh.